Was ist der Trick? Oh, jetzt hab ich mich ja schon. Moin Leute, willkommen zurück zu Goldfeet. Wir spielen Emerald Coast 6 und Ricy Holes von Rosy Ximo. Hier, das sind der Dude und ich. Und wir sagen nochmal rein, ne? Na, zumindest paar. Zumindest paar. So. Da kann man schon mal von uns fliegen. Ja. Ne. Toll. Da komm ich nicht hin. Da kommst du sonst noch nicht hin. Aber eben ganz kurz. Was können wir damit jetzt nicht hin? Bei Golf wird man eben den Controller zum Laden anschließen. Äh. Ist das Eis da? Da kommt es nur das Eis, ja. Ja, wahrscheinlich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Sie. Hüpf. Hüpf. Sehr schön. Nice, nice. Hala gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Äh. Tja. A3. Genau. Hm. Da habe ich auch überlegt, aber irgendwie ist das auch nicht so richtig geil, ne? Ach, jetzt habe ich viel zu. Hm. Ein bisschen fester, dass er noch mal Bande gehen würde, dann wäre er sogar reingegangen. Nein. Der war nicht steil genug. Das war nicht gut. Nee, der war nicht ganz so gut. Das stimmt. Aber halt Loch 4, ne? Wir haben noch ein paar Löcher vor uns. Wir haben noch ein paar Löcher. Oh, der war nicht feste genug. Ach, der nix raus. Ich weiß nicht, wie feste man hätte schlagen müssen. Ja, ich glaube, da muss er richtig drauf prügeln, damit er direkt reingeht. Aber, naja, leider. So, dann müssen wir hüpfen. Hm. Und nicht so weit zurück. Zack. Ei, 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 ei. Das war nicht ganz so geplant, aber hat zum Glück geklappt. Äh. Da hinten ist... Ganz hinten ist offen. Ganz hinten ist offen, das ist aber gemein. Hm, war nicht weit genug. Stopp, 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 stopp. Ja. Na, 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 na. Mach einfach nur noch zu fest, weh. Komm, 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 komm. Das Spiel ist sehr gut. Äh, oh Gott. Ja, hey. Ja, hey. Das heißt, äh... Ja, na, 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 na. Ja, nee, ist klar. stopp ach komm schon das hat nicht geklopft von die Pforte und jetzt mein Plan war eigentlich das geht gar nicht das ist ja richtig kacke achso hier kann man ja liegen bleiben aber ich habe mich nicht berücksichtigt ich dachte man muss direkt drüber 8 Schläge richtig gut macht hier nichts draus 7 auch Bombe hätte man besser machen können gebe ich zu der erste war schon mal zu fest aber wenn ich mir überlegt dass die paar 5 ist dann mit 3 zu schaffen ist ok mit 4 ist auch noch ok ist unterpaar ist unterpaar was willst du mehr ne ein bisschen unpraktisch ne tue ich nicht doch doch ist der nicht da drüber gekommen zack so what da müssen wir allerdings rüber ja das heißt da oben auf dem Ding liegen bleiben der bleibt auch noch perfekt da drin ja da ist ja dann einfach weil der bleibt auch noch perfekt da drin liegen sehr schön das war ja ein bisschen zu viel gewalt ja dann schlagen wir noch mal schön dran vorbei ach Gott am Ende ist schon wieder keine Bande ich glaube so muss es erstmal gehen bis hier noch bis hier noch das reicht nicht oder ich war ich war ich war ich war vielleicht oh was ist denn das so knall tja äh 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 zu weit zurück hüpft nicht weit genug äh äh tja hier liege ich perfekt oh äh 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 den spiel ich safe ja hier kannst du auch nicht die wirklich ach komm so knapp ähm den digger los äh die rampen taugen war gar nichts hier und du heilig ok so nicht ich weiß auch so erst recht nicht auch da kann man zurückspringen so wolle ich machen so wolltest du machen ok mhm ich weiß wie mach ich denn jetzt ja vier schläge für gar nichts oh manchmal sollte man die dinge einfach safe oder spielen ja hat manchmal vorteil gott jetzt auch noch hier und tschüss zwölf sehr gut äh ach du scheiße was ist denn hier los da habe ich mich gerade auch und wenn du falsch landest ja wie kommst du dann zurück da sind lücken zwischen dem ganze runterfallen quasi dann ah ok ah jo ach machen wir aber lieber in zwei schnell weg wieso gefällt mir die pflanze da nicht kann jemand oder ja kann sie die schnappt hey hey ah die richtung war gut der Winkel war echt gut hätte nur ein bisschen fester sein müssen in vier juhu ich weiß nicht mal wo wir hin müssen ich auch nicht ich schlag jetzt einfach dauernd hat große Bestunden aber da habe ich zu feste geschlagen für glaube ich na passt noch bin noch drauf ich habe ein bisschen zu lasch geschlagen die Beschleunungsstreifen kannst du auch gar nicht einschätzen weil die auch immer unterschiedlich stark sind in der Map mhm war nix war nicht fest genug ach das ist hier ich habe von einer anderen der gesagt hat das rollt dann hier runter und ach was muss man denn hier tun muss jetzt irgendwie wahrscheinlich da drüber da rüber kommen ich hätte mal eher gewusst ich dachte auch erst mal könnte da unten irgendwie rüber da kriege ich noch nicht hin nee kriege ich hin nein doch kriegst du hin sah ganz schön spambiel aus ja meine Berechnungen waren erfolgreich sehr gut ach scheiße oh Gott aber genau genauso sehr schön genauso so so knapp ja der war schön ich habe mich nicht getraut noch fester zu machen aber ich hätte ich hätte noch ordentlich drauf wämsen können oh Gott ach du scheiße okay ich verstehe ich verstehe ich mache jetzt schon auf jeden fall noch einen ja Tito den mache ich yeah baby yeah baby sehr schön yeah baby oh Gott so hat es mein downfall gut Kurve und dann komm 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 und wir versuchen in die 19 zu kommen könnte man auch ja komm jetzt bleib ich versuche es einfach mit der 23 ja versuche ich ja ne ich meinte ich versuche es lieber mit der 23 komm ich probiere die 19 zu das ist mir alles zu blöd hier jetzt will ich das machen okay es ist aber echt gar nicht so einfach wie ich es dachte boah das ist knapp du hast lucht geholzt dann ist gemein ich verstehe kann man den rotieren da wurde es immer noch abgeleckt ich habe keine ahnung aber mehr als 12 anscheinend alter dreimal so knapp das ist schon ich check den schlag hier nicht ich habe das Problem ja muss den 22 äh ach komm hi ach komm lächerlich äh könnte man theoretisch abkürzen wenn man wirklich gut ist in diesem Spiel ne ich weiß nicht ob das machbar ist also ja ist also klar ja wäre machbar wenn man richtig gut in diesem Spiel ist ich weiß dass ich dafür nicht gut genug bin naja der licht scheiße da kann es übrigens hinten an der nicht runter fallen die 22 hat sich ganz schön ganz schönes loch gerissen bei dir machen manchmal muss man einfach mal try ihn heißen das ist genug genug guck mal gleichzeitig ins finnisch sehr schön gut ich sehe den bei dir und ich mach den genauso ja na 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 wo ist denn jetzt hier der planمة auf die scheiße what ja du musst genau über das loch und darüber dann halt äh das ist aber hart ich wäre fast raus geflogen war ich auf der ein bisschen fester machen müssen okay probieren einmal das kannst du nicht schaffen okay ich brauche noch eine zeit bis ich lande ganz ehrlich aber ins loch kommt es nicht oder ich habe halt auch dezent drauf gewinnt sie zu einfach aus diese ganzen hügels können einem das schnell versauen ja das stimmt und wenn man nicht aufpassen klickerei dann kann man sich dann selber auch versauen nicht so weit zack mein gott dieses rampen direkt zu hoch spielen weiß ich nicht ey das ist nicht so da jetzt ne ne vor allem das auch so mit dem winkel und das ist relativ safe noch fester gerust mein gott das war nicht fest genug ich habe das gleiche gemacht wie du gerade glaube ich auf jeden fall nicht gut das war auch nicht gut du hast dir kein beispiel dran nehmen mit nächstem mal merke ich mir dort da kann man auch wieder 2 das ist auch noch das loch da über so 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 ist der nicht da drin geblieben einfach seitlich spielen oh das war zu leicht passt doch gar nicht rein der ball ich kann ja gerade so irgendwie den richtigen winkel tritt doch passt äh das muss ich try den muss ich mir jetzt mal eben angucken da auf die ecke sehr schön den muss ich mir abgucken das glaube ich nicht das ist der trick jetzt habe ich mich erschrocken ok da ist hier ein trick bei ich habe keinen trigger immer noch nicht wahrscheinlich muss man wirklich so wie du jetzt irgendwie ich habe ja alles in allem war das eine sehr schöne map ja sehr schöne map was war denn bei dem letzten loch hat es denn da passiert dass du wieder zurück geflogen bist kam da irgendwas da ist dann kam so ein roter screen irgendwie bloody keine ahnung da sind nicht da sind Dinge passiert das hier ein video in der guckt da werde ich das definitiv mit deiner aufnahme mal anschauen auf jeden fall ja dann ähm wünsche ich euch noch einen schönen 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 dann wünschen wir euch noch einen schönen abend schönen tag schöne woche schönen monat und wir hoffen wir sehen uns beim nächsten mal bei golf it oder bei dead islands sind wir immer noch dran da gucken wir dass wir jetzt mit fertig werden ähm wir haben noch ein bisschen potato hoffentlich bald richtig mit dem das hat mit dem addon dann funktioniert dass man nicht mehr also mit dem dlc dass man multiplayer da spielen können und äh allen möglichen anderen quatsch bis demnächst haut rein ciao 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 ciao